einen wunderschönen guten abend heute wieder zu unserem bible study und wir haben es heute mit einem ganz besonderen buch zu tun das wirklich sehr herausfordernd ist ein sehr umfangreicher kleiner prophet und ich habe den untertitel visionen und endkampf um user name helmut schmidt hat ja mal gesagt wenn man mich immer mission hat sollte zum arzt gehen das ist wirklich unsinn im blick auf die bibel zeigt an dass helmut schmidt kein bibel leser war sahaja hat acht visionen ihr uns in seinem buch vorstellt und die eine klare botschaft von gott beinhalten also nicht etwas was menschen erfunden haben oder er sich ausgedacht hat so es ist immer etwas was ihm von gott gegeben wird und das buch sahaja ist begrünt dafür dass es schwierig ist und dunkel und dass es wirklich vieles unklar ist schon der kirchenvater hieronymus er hat gesagt dass sahaja ein außerordentlich schwieriges oder dunkles propheten buch ist und das trifft schon mal auch für die ersten acht kapitel zu aber ab kapitel 9 jetzt besonders schwierig ja und aber muss ich diese sache stellen und meine empfehlung ist wenn man sich einfach viel mit dem wort beschäftigt und den text immer und immer und immer wieder liest und dann vor allem die bibelstellen mit anderen bibelstellen vergleicht durch heranziehen von parallelstellen dann kann man sehr sehr viel licht auch in dieses schwierige buch bringen und das werden wir sehen wir werden uns hauptsächlich auf den inhalt konzentrieren und nur vier fragen zum inhalt praktisch ausführlich behandeln einmal den ganzen visionsteil wo diese acht vision auch enthalten sind das sind die ersten sechs kapitel der visionsteil dann kommt eine ganz praktische frage die die juden damals hatten und an sahaja stellten zum thema fasten sogenannte fasten frage zwei kapitel gehen darüber und das ist eher der einfachere teil des propheten buches und dann haben wir zweimal eine längere offenbarung jahres also gottes und zwar einmal über israel über ist es nachbarn und auch über israel kapitel 9 bis 11 und das große zeitspannen auch überblicken und dann wird es noch mal kommt ein weiteres propheten wort ein wort jahres über israel jetzt zugespitzt auf jerusalem und die völker also und diese zwei letzten beiden blöcke sind besonders herausfordernd aber sie sind auch wahnsinnig interessant und im blick auch mit anderen bibelstellen die wir dann hinzuziehen können kann man sehen dass das schon auch übereinstimmt mit anderen prophezeiungen die wir in der offenbarung haben oder bei isaiah haben und so weiter und manches ist eben auch erfüllt sehen wir dann bei jesus im neuen testament dass man hier kann diese messianischen weisagungen schon erfüllt sind andere messianische weisagungen stehen aber noch aus werden sich erfüllen wenn jesus wiederkommt also das ist mal so ein grober umriss was wir heute betrachten werden und ich beginne mit dem visionsteil und gebe zunächst mal einen überblick über diese ersten sechs kapitel des buches dass man einfach schon mal so überschauen kann was findet sich inhaltlich in den ersten sechs kapiteln wir haben den bucheingang sehr knapp gehalten im vers 1 es war im november des zweiten regierungsjahres von darius als prophet sahaja der sohn berechas der enkel von iddo eine botschaft jahres erhielt also genau datierung und wir sehen dass er paar monate zwei monate nach haggai auftritt mit dieser botschaft die beiden waren der zeitgenossen und haben auch die gleiche die gleichgeschichte situation hinein gesprochen nur dass haggai sehr sehr kurz am wirken war nur etwa vier monate und sahaja hat über 50 jahre sahaja beginnt an seinem buch mit einem ruf zur umkehr und das möchte ich mal lesen weil es sind nur fünf verse und zeigt so den einstieg in sein buch jahre ist sehr zornig über eure vorfahren gewesen nun sollst du zu dem volk sagen so spricht jahre der allmächtige gott kehrt um zu mir dann werde auch ich zu euch umkehren das versichere ich jahre der allmächtige gott folgt nicht dem beispiel eurer väter die propheten damals hatten sie in meinem namen immer wieder aufgefordert ihr verkehrtes leben zu ändern und mit ihrem bösen tun schluss zu machen aber eure vorfahren gehorchten überhaupt nicht sie achtet nicht einmal auf mich spricht jahre und wo sind nun eure väter und die propheten nehmen sie vielleicht ewig doch meine worte und meine gebote die ich euch durch meine diener die propheten verkündigen ließ haben die sich etwa nicht an euren vätern erfüllt eine rhetorische frage sie haben sich erfüllt es waren eben auch gerichtsworte die sich dann erfüllt haben im babylonischen exil und so weitern ja dann kehrten sie um und mussten zu geben jahre der allmächtige gott hat genau das kommen lassen was er uns angebot hatte unser leben unsere taten haben es so verdient also ermahnung zur umkehr kehrt zu mir um dann kehre ich mich auch zu euch wieder um und unterstützt euch wieder helfe euch wieder und zeigt nicht wie eure väter sondern macht macht ihr das mal anders ja das ist der einstieg in sein buch eine neue chance für eine neue generation es jetzt anders zu machen als ihre väter und sich eben gott ganz bewusst zuzuwenden so steigt er in dieses buch ein und dann erhält sahaja insgesamt acht verschiedene visionen wir werden die dann auch kurz beleuchten jede einzelne kurz beleuchten was so die quintessenz jeder einzelnen vision ist aber dass uns jetzt schon mal so ein bisschen gehört hat wie worauf von diese visionen handeln ist eine vision über reiter zehn verse 11 dann eine kurze vision über vier hörner und vier handwerker die dritte vision zeigt uns ein mann mit einem bandmaß auch diese relativ umfangreich die vision und die vierte auch der hohe priester jesua wird uns gezeigt aus einer geistlichen perspektive zehn verse in kapitel 3 dann vierzehn verse über den leuchter der leuchter ist ja wichtiges gerätschaft im tempel und hier werden 14 verse in dieser vision dargelegt über den leuchter dann eine kurze vision über eine fliegende schriftrolle die also dadurch die lüfte schwebt ist ganz einfach dann eine frau in einem fass sieben verse so mittelgroße vision dann die vision von vier wagen das sind diese acht visionen und dann wird am ende der hohe priester jesua den wir auch vom buch hagai schon kennen es soll ihm eine krone angefertigt werden aber auch das hat einen wichtigen symbolischen wert wie wir dann sehen werden das ist der ganze visionsteil und jetzt starten wir mit der ersten vision von einem reiter und ich werde so ein bisschen schematisch die einzelne vision einfach immer kurz schematisch darstellen und manchmal scherze lesen machen auch die ganze vision lesen aber nicht immer und nur die wichtigen dinge heraus nehmen aber dass man den roten faden dieser vision hat dazu dient genau immer eine folie für eine vision die vision vom reiter sie wird datiert dann wird die vision des reiters ganz kurz geschildert und mündet dann in ein dialog sahaias mit einem engel mit einem deute engel wie wir es auch vom propheten daniel kennen der sehr oft der auch vier vision hatte und in diesen vision auch mit dem engel zum großen teil dann auch in dialog getreten ist dann kommt die deutung und das habe ich hier rot markiert auf der folie weil das immer so die quintessenz ist von dieser vision was bedeutet diese vision vom reiter oder den reitern die deutung der reiter das nicht mehrere auch im hintergrund die werden als kundschaft der jahres gedeutet und der erste reiter der in das bild kommt dass der wird als engel jahres identifiziert also der engel jahres in form des ersten weiters und dann kundschafter die im bericht erstatten schließt sich dann an diese deutung an diese fragen nach dem erbarmen jahres über israel wann wirst du dich wieder erbarmen über israel ja und gott gibt eine vierfache antwort darauf und das ist natürlich auch wichtig in dieser vision diese vierfache antwort auf die frage wann erbarmst du dich wieder über jerusalem über israel und gott sagt vier dinge erstens sagt er ich liebe israel trotz 70 jährigen zorns über jerusalem und juda der jetzt einfach auch geschichte ist die zeit ist es um aber ich war 70 jährige jahre wirklich sehr zornig über ruslim und juda und deswegen waren sie auch 70 jahre in der gefangenheit aber ich liebe israel trotzdem das zweite was gott antwort ist dass er seinen zorn jetzt auf die selbst herrlichen völker legt ihnen zürnt er spricht dann vom wiederaufbau des tempels und jerusalems und von einem zukünftigen überfluss und kost und wiederannahme jerusalems das ist so der inhalt dieser ersten vision und jetzt möchte ich die mal lesen diese eine ist sind jetzt zehn versen und dass man da mal anhand der folie entlang geht und sieht wie das ist und dann haben wir so eine vorstellung wie es auch sehr ähnlich dann bei den anderen visionen läuft am 24 februar des folgenden jahres das ist dann schon das dritte jahr von darius erhielt der prophet sahaja wieder eine botschaft jahres er berichtet ich hatte in dieser nacht eine vision jetzt wird die geschildert in versach zwischen den mürtenbüschen die im talgrund wachsen war plötzlich ein reiter zu sehen der ein rotes pferd zügelte hinter ihm konnte man rote fuchsige und weiße pferde erkennen das ist das die vision wenn wir dazu keine deutung hätten wird man völlig auf dem schlauch stehen ja aber es gibt dann eine deutung mein herr was bedeutet das alles fragte ich den engel der mir zur seite stand also da diesen engel auch gesehen in dieser vision der ihm zur seite steht und den hat er gefragt was das bild was er da geschaut hat bedeutet und dann wird ihm das gedeutet der mann der zwischen den oder frage der engel der mir zu sein stand ich werde es dir gleich zeigen erwiderte er der mann der zwischen den würden gehalten hat sagte diese reiter hier hat jahre ausgeschickt um die erde zu erkunden die reiter meldeten dem engel jahres nämlich dem der zwischen den würden gehalten hatte dass diese erste reiter wir haben die ganze erde durchzogen und überall herrscht ruhe ruhe da rief dieser jahre du allmächtiger gott schon 70 jahre lang lasse dein zorn auf jerusalem und in anderen städten judas wann wirst du dich über sie erbarmen also frage nach jahres erbarmen über israel nachdem sie dir er das erkundet haben ist alles ruhig und wann erbarmst du dich jetzt wieder weshalb das die brennende frage die jetzt hier im raum steht und dann eben die vierfache antwort gottes jahre gab dem engel der mir zur seite stand eine gute tröstliche antwort darauf sagte dieser zu mir verkündeten leuten so spricht ja wird der allmächtige gott ich brenne vor liebe zu jerusalem und dem berg zion also im heiligen berg doch den selbstherrlichen völkern gilt mein glühender zorn sie also diese völker sollten meinem volk zwar eine lehrer erteilen aber sie wollten es gleich ganz vernichten als gott hat sie zur strafe an israel benutzt aber sie haben eigentlich ist er vernichten wollen darum wende ich mich jerusalem wieder liebevoll zu mein haus soll in der stadt wieder aufgebaut werden das war zu dem zeitpunkt ja noch nicht der fall und ganz jerusalem wird eine große baustelle sein was auch nichts war ein kleines dorf mit ganz wenig bautätigkeit ja aber es soll wieder viel gebaut werden jose leben und der tempel soll wieder aufgebaut sein das versichert jahre der allmächtige gott und weiter sollst du verkündigen so spricht jahre der allmächtige gott in den städten meines volkes soll es wieder überfluss an allen guten dingen geben sie und werde ich trösten und jerusalem wird wieder meine stadt sein alles ist die erste vision und wir sehen dass diese vision es gibt auch für die anderen mission wir haben sehr viel mit dem zeitgeschehen zu tun also in der zeit in der sich sahaja und auch sein kollege agai gerade befinden in dieser situation wo der altar zwar steht aber der tempel noch nicht gebaut ist jetzt wieder aufgebaut werden soll und es für jerusalem wieder vorwärts geht und ermutigende worte dann die vision von vier hörnern und vier handwerkern es wird zunächst die vision der vier hörner geschildert nur ganz kurz dass er einfach vier hörner sieht dann fragt sahaja wieder den deute engel und bekommt als antwort die dodo und zwar die deutung der vier hörner als feindliche mächte die juda israel niederwerfen und dass ich frage ich wer sind diese vier feindlichen mächte aus der zeitgeschichte kann man jetzt nicht irgendwie zu der zeit von sahaja jetzt ihr gegner oder vier feindliche mächte identifizieren das funktioniert nicht aber es erinnert unglaublich stark also vier hörner vier feindliche mächte erinnert ganz stark an die weissagung daniels durch den traum neben god nezars dieses sogenannte vier reiche lehre einmal in dem symbol dieser statue im traum neben god nezars und dann in dieser vision von den vier schrecklichen tieren ja und das sind die weltmächte die dann auch israel unterwerfen und unter deren herrschaft israel stehen muss bis zum ende und und wahrscheinlich beziehen sich diese vier hörner auf diese vier reiche die auch daniel kennt das ist babylonische weltreich mito-persisches weltreich griechisches weltreich und dann das römische weltreich welches wohl in zwei phasen existiert in einer antiken oder endgeschichtlichen phase die schilderung der nächsten vision also das ist eine zweiteilige vision hier schildung der vision der vier handwerker dann kommen die vier handwerker und gestutzen diese hörner und sahaja fragt den deuten engel wieder was bedeutet das und die deutung ist die deutung der vier handwerker als zerstörer der macht der völker die sich gegen juda erhoben haben das passt auch ins bild zu der vier reiche lehre bei david daniel in kapitel 2 von daniel da kommt dann dieser stein der diese statue zermalmt also diese vier reiche zerstört und in kapitel 7 wird dann simpelische gericht gehalten über diese vier tiere also wird es ab wird ihre macht auch weggenommen ja das passt also wahrscheinlich ist es einfach eine bestätigung dessen was daniel eben in der in der dalle 2 und dalle 7 geweissagt hat wird hier durch sacharja noch mal bestätigt ja zwei ist besser als einer sagt die schrift und eine dreifache schnur ja kann man nicht zerreißen und sehen soll unter zwei oder drei zeugen eine sache bestehen und wir hätten jetzt praktisch für diese vier reiche lehre eigentlich drei zeugen einmal eine zwei traum neben god netzers daher sieben vision daniels und sacharja zwei die vision der vier hörner und vier handwerker bei sacharja die dritte vision ist der mann mit einem bandmaß wird geschildert die vision wird geschildert in vers 5 will ich kurz lesen dann sah ich ein mann mit einem bandmaß in der hand mir nicht ja einfach mann mit dem bandmaß hatte gesehen sacharja fragt fragt dann den mann also den engel wieder der neben ihm steht und er bekommt einfach den mann entschuldigung und fragte ihn ich fragte ihn also wenn den mann ist nicht der engel wird gefragt sondern der mann mit dem bandmaß wird gefragt ja wo gehst du hin jetzt mit dem bandmaß da unterwegs wo gehst du hin und die antwort die er erhält von diesem mann mit diesem bandmaß ist ich gehe um jesalim zu messen und dann entspinnt sich ein dialog zweier engel und dann wird die deutung der vision gegeben und zwar jerusalem jerusalem soll ja gemessen werden aber die bedeutung der hinter steckt hinter diesem symbol in dieser vision ist dass jerusalem eine offene stadt sein soll mit jahre als feurige schutzmauer ja moment ist jerusalem schutzlos die mauer ist zerstört aber jetzt in aussicht gestellt jerusalem wird eine offene stadt sein groß aber braucht dann gar keine mauer mehr weil jahre um sie herum ist und sie schützt lesen wir diese vers 8 unten b und 9 jerusalem wird eine offene stadt ohne mauern sein und von menschen und tieren überquellen also das gegenteil von der situation von sahaja wo es ein kleines dorf war mit ganz wenigen tausend menschen wenn überhaupt jahre sagte ich selbst werde eine feurige mauer rings um sie sein und werde die stadt mit meiner herrlichkeit erfüllen eine ganz fantastische langzeitperspektive für jerusalem dann schließe es sich schließen sich zwei aufrufe an einmal ein aufruf zur flucht aus babylon betrifft die juden die noch in babylon sind und jahres gericht über israel plünderer ja also eher negativ bisschen also mit aus babylon kommt gefährlicher kommt zurück nach israel und jahre wird gericht halten über die die israel geplündert haben welche über die babylonia und auch andere die israel geplündert haben dieser eher bisschen negative aufruf oder eben der sind dunkel ist durch gericht und so flucht wird dann ein zweiter aufruf daneben gestellt und der ist sehr freudig sehr positiv ein aufruf zum jubel israel soll jubeln über jahres wohnen in jerusalem und es wird eine fantastische verheißung gegeben über die völker jetzt nicht gericht über völker sondern dass die völker zum heil kommen dass die völker umkehren werden zu jahre und diesen aufruf zum jubel möchte ich lesen ist eine kernaussage hier in in dieser dritten vision freut euch und jubelt ihr bewohner der zions stadt sagt jahre denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen also gott will wieder wohnung nehmen in jerusalem dann werden viele völker sich zu jahre bekennen und so auch zu meinem volk gehören eine unglaubliche aussage dann werden viele völker sich zu jahre bekennen und so auch zu meinem volk gehören also gott wird schlussendlich die ganze welt beherrschen und zu seinem volk machen und dann überleben und ich wohne mitten unter euch wenn das geschieht werdet ihr erkennen dass jahre der allmächtige gott mich zu euch gesandt hat jahre wird juda in besitz nehmen er wird sein erbteil im heiligen land sein es also juda es wird sein erbteil im heiligen land sein und jerusalem wird wieder ganz seine stadt nicht ein unscheidbares praktisch ziemlich runtergekommenes dorf wird zerstörten mauern und zerstörten vielen ruinen noch sondern jerusalem wird wieder ganz seine stadt ihr menschen seid still vor jahre denn er tritt aus seiner heiligen wohnung hervor also auf eine fantastische perspektive im blick auf die zukunft jerusalems die vierte vision er nimmt dann einen mann im blick nämlich den hohen priester joshua oder joshua der zusammen mit serobabel das volk führt seine ist die geistige leitung als hoher priester der andere serobabel ist die politische leitung und hier wird joshua in augenschein genommen in kapitel vier haben wir dann auch in serobabel hier geht es um joshua als hoher priester und da wird in einer vision dem sahaja gezeigt wie der satan joshua anklagt ja welcher bietet dann satan den mund und joshua wird dargestellt in dieser vision als ein verbrannter holzscheit als verbranntes holzscheit kann man sich vorstellen holz was im feuerlad verkohlen ist den stinkt ja nach brandgeruch hat ja aber nicht mehr brennt also ein verbranntes holzscheit doch jahre tauscht dessen stinkenden kleider mit einem festgewand und nimmt seine sünde weg das ist praktisch auch dann die der wesentliche vorgang in dieser vision dass er das so schauen darf sahaja ist als beobachter und mischt sich jetzt ein in diese vision wo er das gesehen hat wie der satan ein mundverbot bekommt und jahre dann die stinkenden kleider wegnehmen lässt und dem joshua ein festgewandt gibt und dann bittet jahre geben doch auch noch den kopfbund kopfbund ist ein begleitungsstück des hohen priesters was so die krönung dann ist sozusagen und wir haben dann eine aufforderung und eine verheißung an joshua die will ich lesen weil das ist aber zeitgeschichte das ist der der hohe priester zurzeit zahaias und diesem hohen priester wird in vers 6 und 7 von kapitel 3 ein ganz klarer befehl erteilt so spricht ja wieder allmächtige gott wenn du auf meinen wegen gehst und meine ordnung befolgst dann sollst du auch mein haus regieren also geistlich vorstehen und die aufsicht über die vorhöfe haben also mein haus in tempel regieren und die aufsicht über die vorhöfe haben also tempel ist noch nicht gebaut aber gott verkündigt ihm du sollst dann praktisch die herrschaft haben du sollst dann auch noch leben gestern noch leben und du wirst dann die herrschaft haben und über das haus regieren und die aufsicht über die vorhöfe haben und ich gebe dir trotz allen die hier stehen auch der satan der in der anklagt einen freien zugang zu mir ja hör zu joshua du hoher priester du und deine mitpriester die vor dir sitzen ihr seid ein lebendiges zeichen dafür ein lebendiges vorzeichen dafür dass ich meinen diener den spross kommen lassen werde seht den stein den ich vor joshua hingelegt habe sieben augen auf einem einzigen stein ich selbst werde die gravur in ihn schneiden spricht jahre der allmächtige gott und die schuld dieses landes an einem einzigen tag wegnehmen an jedem tag wird wird ihr euch gegenseitig unter weinstock und feigenbaum einladen das ist also party machen erst feiern sich freuen ja also in dieser vierten vision die ich jetzt teilweise gelesen habe wird joshua aufgefordert die ordnung jahres zu befolgen und dann wird ihm die verheißung gegeben dass er pakistan im wieder aufgebauten tempel die leitung haben wird und aber was noch wichtiger ist ist dass er und seine mitpriester wie so wie phönix aus der asche aus dem nichts das war jetzt tempel 70 jahre zerstört und jetzt wird der tempel wieder neu in gang gesetzt und wieder neu der ganze tempel betrieb wird aufgenommen so ist der joshua mitpriester ein messianisches zeichen dass gott auch einen anderen mann noch kommen lässt und der ist hier spross dass ich meinen diener den spross kommen lassen werde das ist ein messianische titel wenn messias er ist spross da gibt es ganz viele bezüge im altes moment bei es sei ja vor allem und das heil was gott sprossen lassen wird durch den messias und dann erst spross jahres und ein ein reis ein zweiglein also damit verschiedene begriffe genannt die alle diese richtung gehen und jeremia spricht vom spross david als messias und es ist hier vor allem mann namens spross als eigenname des messias und jesua mitpriester die phönix aus der asche praktisch jetzt dann wieder den neu gebauten tempel dann regieren werden so wird gott auch diesen mann diesen messias den spross aus dem haus david kommen lassen und der mann heißt spross und dann gibt es noch den eingravierten stein vor joshua und der ist eine garantie wenn etwas in stein gemeißelt ist sozusagen ja dann ist es eine absolute sichere garantie dass das was hier in stein gemeißelt wird von gott selbst eingraviert wird dass das kommen wird passieren wird und zwar geht es um die entzündigung des landes an einem tag das hat entweder eine zeitgeschichtliche komponente dass gott praktisch die sünde jetzt vergibt in dem moment wenn der tempel wieder aufgebaut ist es dann vorher und nachher gibt hat ja hagaisos zwischen vorher und nachher wenn sie jetzt an die arbeit gehen jetzt fängt das segen wieder an zu fließen es könnte damit zu tun haben aber es ist vielleicht besser an dem messias zu denken weil auch hier im kontext des messias gesprochen wird die entzündigung des landes an einem tag das war grundsätzlich die voraussetzung dass das land entzündigt wird war der tod jesu am kreuz dass er gestorben ist für die sünden der ganzen welt und auch für die sünden israels aber es gibt auch noch eine endgeschichtliche komponente zu dieser diesem aspekt entsündigung des landes dass wenn jesus nicht wiederkommt und der überrest israels dann jesus als den messias erkennt sich ihm zuwendet glaubend und dann den geist gottes erhält dass dann auch das land entzündigt wird und geheilt wird durch jahre ich komme dann noch mal hin in kapitel 14 dann bei diesem thema die fünfte vision ist die vision vom leuchter ein engel weckt und fragt sahaja was er sieht dann schildert er diese vision vom leuchter die will ich mal lesen kapitel 4 vers 2b bis 3 was siehst du ein leuchter erwidert ich er ist ganz aus gold obendrauf ist ein ölbehälter von dem aus sie sieben röhren zu den öllampen führen also offenbar auch sieben öllampen dann rechts und links vom ölgefäß sehe hier einen ölbaum stehen was hat das zu bedeuten mein herr also er schildert diese vision vom leuchter fragt nach der bedeutung und gesagt verstehst du nicht nein ich verstehe nicht er bejaht sein nicht verstehen und dann wird dieser leuchter gedeutet und der leuchter ist ja ein bestandteil ein tempelgerät und kann so her auch als symbol für die gesamten tempel stehen das nennt man dann pass rototo dass man von einem teil redet meint aber das ganze ja und wenn der leuchter hier wirklich den den tempel symbolisiert also nicht der leuchter symbolisiert nicht serobabel sondern leuchter symbolisiert den tempel und die botschaft die dann dahinter steckt ist dass durch serobabel dieser tempel wieder aufgerichtet wird und diese kernbotschaft für dich lesen die verse 6 bis 10 so laut das wort jahres an serobabel nicht durch heeres macht und menschliche gewalt wird es geschehen sondern durch meinen geist ist ein geistiges geschehen in dem gott auch die leute von jose im juda erweckt geistlich erweckt sich den geist ermutigt und befähigt wirklich an diesen bau des tempels zu gehen und dann sagte wer bist du großer berg die ganze schwierigkeiten hindernisse gegen mächte den gegenden tempelbau wirken beispiel die ungläuche heidnische bevölkerung die da auch lebt die ganz massiv dagegen kämpfen dass das nicht nicht gebaut wird wer bist du großer berg problem berg sozusagen vor serobabel wirst du zur ebene also die probleme werden sich verflüchtigen ja mit lautem jubel wird er den schlussstein in den tempel einsetzen also gott verspricht dass serobabel diesen schlussstein einsetzen wird dass auf jeden fall unter der führung serobabel noch dieser tempel fertig gebaut wird die gnade die gnade sei mit ihm ich empfinde auch die folgende botschaft jahres serobabel an den grund für den bau dieses hauses gelegt das war zurzeit hagais auch jetzt hier vor ein paar monaten praktisch hat er den grundstein gelegt und jetzt sagt gott er wird ihn auch vollenden der grund wurde 520 vor christus gelegt und vollendet waren dann 516 im märz also ein mehrjähriges projekt gewesen serobabel an den grund für den bau das haus gelegt er wird ihn auch vollenden daran wirst du erkennen serobabel dass jahre der allmächtige gott mich zu euch geschickt hat als wenn es dann fertig ist und serobabel tatsächlich dann den schlusssteinen den schlussstein legt vom tempel und er dann fertig ist dann werden sie erkennen dass sahaja wirklich von gott ein gesandter prophet war denn auch der der den tag geringer anfänge verachtet wird mit freude diesen besonderen steinen serobabels hans sehen also in manchen noch zeitgenossen jetzt noch sagen ja diese fundament ist also mickrig und acht ob sie was wird es wird vielleicht doch nicht fertig und so pessimistisch so ein typischer skeptiker ja wenn der wird auch am ende wenn es dann fertig ist doch mit freuen können und dann auch mit großer freude diesen besonderen stein nicht den schlussstein in der hand serobabel sehen alles einfach ist eine ganz starke verheißung dass der tempel wirklich fertig gebaut wird durch serobabel dann diese deutung der sieben öllampen das ist vers 10 deutung der sieben öllampen als jahres augen die über die erde wachen also ein bisschen leuchter als den tempel symbolisiert und die öllampen symbolisieren die augen jahres wird uns gesagt durch den engel in vers 10 ist es die sieben öllampen sind die augen jahres die über die ganze erde schweifen also gut hat alles im blick sieht alles und hat beständig das im blick und dann waren auch diese zwei ölbäume sahaja fragt nach den zwei ölbäumen den zweigbüscheln neben den beiden goldrichtern und er ist bejaht wiederum ich verstehe das nicht was das bedeutet und dann bekommt er die deutung aber nicht von den zweigbüscheln sondern nur die deutung von zwei ölbäumen und sagt die zwei ölbäume sind die gesalbten jahres und wird nicht näher ausgeführt wer diese gesalbten jahres sind aber es ist ganz naheliegend dass in dieser situation man natürlich an serobabel denkt wer aus dem haus davids ist zwar nicht auf dem königsthron sitzt aber immer ein stadthalter ist und von gott auch autorisiert ist als vertreter des davids hauses und joshua der hohe priester sich auch ein gesalbter dass das die gesalbten sind diese zwei ölbäume kann aber auch noch eine zukünftige erfüllung haben im blick auf die zwei zeugen jerusalem in offenbarung 11 die sechste vision sie einfachste die fliegende schriftrolle da wird einfach diese fliegende schriftrolle geschildert die vorne und hinten beschrieben ist und dann wird es gedeutet dass sie der fluch ist der fluch jahres ist darauf geschrieben auf der einen seite der fluch über alle diebe im land und auf der rückseite der fluch über alle meineidige im land also im grunde genommen diese vision ist ein plädoyer leute seid ehrlich und sagt die wahrheit ja klaut nicht und nügt keine meineide vor gericht die siebte vision diese frau im fass startet mit einem dialog des engels mit sahaja und dann die deutung des fasses als sünde im land dann wird noch weiter auf dieses fass geschaut und man entdeckt dass seine frau in diesem fass sitzt dann wird diese geschildert diese frau im fass sitzt und dann wird diese frau gedeutet als gottlosigkeit also so ein richtig sünden fass also es ist richtig viel sünde im land und mittendrin inmitten dieses fasses das inmitten der sünde ist die gottlosigkeit praktisch die hauptsünde dass die leute gleichgültig sind gegenüber gott ja es ist nicht götzendienst hier in dem fall nach dem exil waren zum götzendienst geheilt aber es ist einfach die gottlosigkeit die gleichgültigkeit gegen gott dass man ohne gott lebt autonom ohne gott lebt und das wird praktisch identifiziert es gibt sünde im land im zentrum dieser sünde sitzt die gottlosigkeit und dann wird geschildert wie diese wie geflügelte frauen das fass packen und wegfliegen mit dem fass und sahaja fragt wohin gehen jetzt aus dem land raus geflogen wird ausgeflogen diese sünde und diese gottlosigkeit und wo kommt sie hin die wird zurückgebracht in das land babylon nämlich und zwar in einem tempel im land sinja also sehr interessante symbolik hier dass gott praktisch hier mit dieser vision verheißt dass die sünde und gottlosigkeit aus dem land raus geschmissen wird und dorthin gebracht ist wo vor allem sünde und gottlosigkeit herrscht nämlich im götzenland babylon die achte und letzte vision die vision von vier wagen schilderung der vision der vier wagen in vers 1 bis 3 und dann wird er fragt nach der deutung und dann wird werden die vier wagen gedeutet als vier winde des himmels die befehle von gott empfangen zwei von diesen vier winden oder wagen ziehen nach norden eines nach süden was mir vierten geschieht wird nicht gesagt also von den vier zwei nach norden eins nach süden und sonst wird nichts gesagt aber diese vier winde durchziehen unaufhaltsam die erde sowie der winde auch ständig die erde irgendwie durchzieht und alle richtungen und dann werden außerdem die zwei die nach norden ziehen wird sich auf diese zwei fokussiert wir bringen gottes geist und stillen jahres zorn also das ist eine ziemlich dunkle vision da steige ich selber auch noch nicht so ganz durch was das genauer bedeutet die identifikationen sind klar aber was es konkret bedeutet ob das zeitgeschichtlich oder endgeschichtlich zu sehen ist bin ich noch nicht zu einer entscheidung gekommen der ganze visionsteil schließt dann mit einer krönung richtiger höhepunkt und zwar des hohen priesters joshua und sahaja empfängt eine botschaft jahres und er soll eine krone anfertigen für joshua den hohen priester diese krone soll aus gold sein und das gold soll man nehmen aus dem tempelschatz der von babylonien mitgebracht worden ist und der jetzt seit geraumer zeit im haus joshias und aus diesem material soll jetzt eine gold krone die ganzen tempel gerätschaften und gegenstände waren untergebracht im haus joshias und aus diesem material soll jetzt eine gold krone gebaut werden für joshua dann wird in vers 12 und 13 beschrieben dass joshua gekrönt werden soll als symbol für den spross den könig priester der jahres tempel baut und auf seinem thron regiert und das ist jetzt das zentrum der kern dieser ganzen geschichte es ist keine vision weil es ist eine handlungsanweisung die konkret vorzunehmen ist anhand des hohen priesters joshia und diese krone soll wirklich gebaut werden ihm aufgesetzt werden aber es hat eine prophetische dimension eine prophetische botschaft in den versen 12 bis 13 und so spricht jahre der allmächtige gott es wird ein mann kommen der spross heißt der wurde vorher schon erwähnt dieser spross in kapitel 3 ja wo joshua auch vorzeichen ist für diesen diener den spross den gott kommen lassen wird jetzt wird es bestätigt es wird ein mann kommen der spross heißt denn wo er steht wird es sprossen er wird den tempel jahres bauen ja er wird ihn wieder aufbauen als von einem anderen tempel ist da die rede der wieder aufgebaut werden soll er wird königlich schmuck tragen und auf seinem thron sitzen und herrschen aber zugleich wird er auch priester sein und auf dem thron wird ein friedliches einvernehmen bestehen das ist jetzt was für die sensationell ist es ist jetzt von einem mann der rede spross genannt der könig ist gleichzeitig auch priester ist das was völlig neues das gab es nicht in israel der hohe priester war immer aus dem stamm levi und der könig war aus dem hause david aus dem stamm juda und jetzt ist eine person vereinigt in seiner person beide ämter könig und priester gleichzeitig und daher auch eine totale versöhnung zwischen priesteramt und königsherrschaft und das ist natürlich ganz klar die erfüllung von der weissagung dass der messias dass ein priester ist nach der ordnung mechisedex psalm 110 vers 4 er hat geschworen ihm wird es nicht geräumt sagt er du bist priester in ewigkeit nach der ordnung mechisedex und das wird dann im hebräerbrief ganz massiv ausgeschlachtet und auf jesus gedollt dass jesus der könig und der priester ist nach der ordnung mechisedex also ein höheres priestertum eben ein könig priestertum und dadurch das levitische priestertum von aaron abgelöst werden wird und jesus dieser könig ist und er wird den tempel gottes bauen manches sehen das erfüllt jesus baut jetzt die gemeinde die gemeinde als der tempel gottes und sagen das ist damit erfüllt das ist geistlich gemeint ein geistlicher tempel allerdings im kontext ist es schwer vorzustellen dass da an einem geistlichen tempel gedacht wurde und es gibt ja auch viele bibelstellen die darauf hinweisen dass es auch im tausendlichen reich einen tempel geben wird und es ist auch heute die erwartung von vielen frommen juden die sagen wenn der messias kommt wird er den tempel gottes bauen ja weil die stellen wegen dieser stelle auch messianisch aus ja also die krönung jeshuas dass jeshua als hoher priester jetzt eine krone aufgesetzt kriegt normalerweise hat der priester nur einen kopfbund aber keine krone krone ist das symbol des königs und kopfbund ist das symbol des hohen priesters ja aber jetzt bekommt der hohe priester jeshuas soll eine goldene krone aufgesetzt werden also wird wie ein könig intronisiert und das heißt ja du wirst herrschen über mein haus das heißt es für jeshuas aber es ist auch ein symbol auf dem messias dass einer kommt spross genannt der könig und priester gleichzeitig ist eben nach der ordnung mechesex von psalm unter 10 vers 4 also eine fantastische verheißung und er wird den tempel jahres bauen er hat ihn geistlich gebaut im rahmen der gemeinde aber er wird ihn auch bauen im tausendlichen reich buchstäblich wird er den tempel bauen die krone sollen im tempel jahres aufbewahrt werden als symbol so wie die zehn gebote und der stab aarons in der bundeslade aufbewahrt werden sollten als symbol und erinnerung so soll auch die krone einfach im tempel jahres aufbewahrt werden die damals diesem joshua aufgesetzt wurde und zwar auch als erinnerung an die gastfreundschaft joshias und seiner leute die also über viele jahre die tempelgerätschaften gottes beherbergt haben ja und an diese gastfreundschaft dass sie dass er in seinem haus platz gemacht hat raum geschaffen hat für die tempelgerätschaften gottes die aus babylon mitgebracht worden sind das wird ihm jetzt vergolden von gott und er wird zu seiner erinnerung an seine gastfreundschaft für die gegenstände jahres wird jetzt diese krone aufbewahrt um an ihn zu erinnern eine ganz feine nette geste wertschätzung von mitarbeitern könnte man sagen dass gotther dem joshua eine wertschätzung entgegenbringt dass er diesen dienst genommen hatte dann wird noch ein abschließendes zeichen genannt von sahaja und zwar dass bei dem tempelbau wo sie jetzt dabei sind dass da wenn sie gehorsam sind und diesen tempel wirklich weiter bauen und bis zu ende bauen dann wird sie auch erleben dass hilfe von leuten aus der ferne aus der ferne kommen werden also ferne menschen aus weiter entfernung werden leute zur unterstützung beitragen dass der tempel gebaut wird und wenn sie das dann erleben wird das ein erkennungszeichen sein dass sahaja prophetgottes ist weil er ihnen das vorher gesagt hat und sie erleben die erfüllung das war der visionsteil sehr interessant einige sind schwierig aber vieles ist gar nicht so schwierig wenn man es im kontext der der tempelbausituation von serobabel und jesua sieht jetzt kommt die fastenfrage die ist sehr einfach und es geht ja um eine ganz praktische frage die historische einbettung will ich lesen am 4. dezember im 4. regierungsjahr des königs darius also zwei jahre später es ist immer noch der tempel ist immer noch nicht fertig gebaut weil der erst im 6. regierungsjahr fertig wurde also am 4. dezember im 4. regierungsjahr des königs darius erhin sachaja wieder eine botschaft jahres an diesem tag waren sareza rege melech und dessen männer aus bethel nach jerusalem gekommen sie wollten jahre anflehen und die priester im tempel jahres des allmächtigen gottes und die propheten fragen also die kommen zur anbietung jahres und wollen aber auch eine frage loswerden und die wollen sie den priestern und den propheten stellen das geistliche kompetenzzentrum sozusagen und zwar laut ihrer frage sollen wir auch künftig den fast und trauertag im august begehen wie es schon so viele jahre getan haben also im august damals war im august die jahres zerstört worden der tempel zerstört worden und deswegen haben die juden über viele jahre 70 jahre jetzt immer dann im august ein fastentag fastenzeit fasten und trauertag gehalten im august und klar jetzt ist der tempel im bau es wird schon zwei jahre an dem tempel gebaut der wächst so langsam und da kommt die frage sollen wir jetzt immer noch diesen trauer und fastentag halten im august wo der tempel doch jetzt in der zeit gerade praktisch wieder aufgebaut wird und gott gibt zwei antworten auf diese frage eine ausführliche erste antwort die ist relativ umfangreich und dann eine zweite kurze antwort die nur wenige verse hat und die ich dann auch genauer anschauen will jahres ausführliche antwort ich möchte den text jetzt nicht komplett lesen sondern nur auszüge daraus jahres ausführliche erste antwort ist zunächst mal eine kritik an ihrer art zu fasten also fasten einfach diese übung auf essen komplett zu verzichten sich auf gott zu konzentrieren ist sehr an sich positiv aber gott ist viel viel wichtiger dass sie ein gutes leben führen ja und in vers 8 zum beispiel sagt gott das habe ich euch damals schon gesagt zwar durch den propheten jesaiar zum beispiel wo er so eine hassenkritik angebracht hat am volk und da sagt er richtet gerecht also jesaiar 7 jesaiar 7 vers 8 jahre der allmächtige gott sagte damals zu ihnen richtet gerecht und geht liebevoll und barmherzig miteinander um unterdrückt die weis und witwe nicht auch nicht die ausländer auch nicht die ausländer auch nicht die palästinenser unterdrückt sie nicht unterdrückt die weis und witwe nicht auch nicht die ausländer oder die armen und schmiedet keine bösen pläne gegeneinander aber sie wollten nicht einmal zuhören und so weiter also die Fastenkritik gott ist viel mehr daran gelegen dass sie ein gerechtes und gutes gottwohlgefälliges leben führen was vor allem auch Liebe zum nächsten und zu den schwachen sich darstellt und nicht jetzt nicht so sehr interessiert bestimmte fest tage zu halten wo halt sie sich kastein lassen wir uns da einfach mal überwenden an diesem einen gesichtspunkt dann gibt er fünf verheißungen über Israel und Jerusalem in dieser Antwort wo es ums Fasten geht sollen wir noch Fasten Trauer und Gott zeigt jetzt eine Perspektive auf gibt Verheißungen die die zeigen dass eine sehr große holle Zukunft vorsteht vor Jerusalem und diese will ich lesen diese Verheißungen die sich in Kapitel 8 1 bis 6 finden doch Jahwe fuhr fort fuhr weiter fort so spricht Jahwe der Allmächtige Gott das ist übrigens so die typische Gottesbezeichnung in Sahaja auch bei Haggai Jahwe der Allmächtige Gott so spricht Jahwe der Allmächtige Gott ich brenne vor Liebe zu Zion und ich glühe vor Zorn wegen seines Zustandes so spricht Jahwe ich kehre nach Zion zurück und werde in der Stadt wohnen Stadt der Wahrheit wird man Jerusalem nennen und den Berg auf dem der Allmächtige Gott wohnt Heiliger Berg so spricht Jahwe der Allmächtige Gott auf den Plätzen der Stadt werden wieder hochbetagte Männer und Frauen sitzen vor Alter auf ihren Stab gestützt und sie werden den spielenden Kindern zusehen den jungen Mädchen von denen die Plätze wimmeln das ist offensichtlich zu der Zeit von Sahaja nicht der Fall dass es da so wimmelt von Menschen sondern es war eher ein kleines müdes Dorf wo es halt den Altar gab und der Tempelkarte gebaut wird und ansonsten sehr wenig Leute wohnten und eine sehr ziemlich große Trümmerlandschaft war aber hier wird verheißen dass die Stadt wieder wimmeln wird von ganz alten Menschen und vielen Jungen und Mädchen die einfach spielen so spricht Jahwe wenn es dem Rest dieses Volkes dann auch wunderbar erscheinen wird so doch nicht mir dem Allmächtigen Gott also auch wenn man es glaubt sozusagen wenn es euch zu wundersam anschaut mir ist es nicht wundersam das ist für mich kein Problem sagt Gott doch nicht für mich für mich ist es nicht wundersam so spricht ja das war vielleicht Vers 7 noch so spricht Jahwe der Allmächtige Gott ja ich werde mein Volk vom Osten bis zum Westen aus allen Ländern heraus retten werde sie nach Hause bringen und lasse sie in Jerusalem wohnen sie wird mein Volk und ich werde ihr Gott sein treu und gerecht ja also es sind große Ermutigungen das muss nicht heißen bis Vers 8 nicht Vers 6 bis Kapitel 1 8 Vers 1 bis 8 Verheißungen über Israel und Jerusalem und auch die Rückkehr nach Jerusalem und dann gibt Gott noch zwei Ermutigungen dem Volk also es ist eine sehr positive Botschaft am Anfang ein bisschen Kritik dass Gott sagt was ihm noch wichtig ist als Fasten dieses gute Leben und gerechte Leben aber dann gibt Gott sehr viel Verheißung und Ermutigung auf diese Frage und dann legt Gott noch mal nach gibt eine zweite kurze Antwort und die will ich lesen weil es zwei extrem wichtige Gesichtspunkte für die Zukunft bringt und auch hier wieder unterstützt wird und bestätigt wird was Gott durch andere Propheten auch früher schon gesagt hat und zwar verheißt er bestätigt diese Völkerwallfahrt nach Jerusalem dass nicht nur Juden nach Jerusalem kommen werden sondern das ganze Völker nach Jerusalem ziehen werden wegen Jahwe um Jahwe anzubieten verheißung der Völkerwallfahrt nach Jerusalem wie ist ja die Verse 8 Kapitel 8 Vers 20 bis 22 so spricht Jahwe der allmächtige Gott es wird noch geschehen dass viele Völker herbeikommen und die Bewohner ganzer Städte also ganze Stadtfahrt sozusagen Bewohner ganzer Städte werden kommen die Einwohner der einen Stadt werden zur anderen gehen und sagen kommt wir wollen hingehen um Jahwe zu besänftigen durch Opfer ihn gnädig zu stimmen durch Gebete Opfer durch Gottesdienst komm wir wollen hingehen um Jahwe zu besänftigen wir wollen Jahwe den allmächtigen Gott aufsuchen auch ich will hingehen so werden viele und große Völker nach Jerusalem kommen den allmächtigen Gott aufzusuchen und ihn gnädig zu stimmen also wie die die Juden dreimal im Jahr nach Jerusalem gepilgert sind zu den festen Jahwes so wird es auch eine weltweite Bewegung sein dass ganze Völker und Städte sich aufmachen um zu Wall fahren nach Jerusalem um Jahwe aufzusuchen ihm ihre Referenz zu erweisen das ist sehr entspricht auch dem was wir in Jesaja 2 haben wo geschildert wird dass am Ende der Zeit der Berg des Hauses Jahmes höher stehen wir als alle Berge und dass die Völker hinzuströmen werden und sich dort Weisung holen werden und man wird aufhören Kriegsmaterial zu produzieren und wird schwerer zum Pflugschaden umschmieden und es wird der Krieg nicht mehr gelernt werden wird die Zeit des Friedens sein alles ist die Zeit im kausenjährigen Friedensreich des Messias und das verkündigt auch Sahaja und eine zweite Verheißung im letzten Vers die hängt natürlich mit der ersten zusammen warum ziehen sie denn überhaupt hin und wollen Jahwe besänftigen und ihm Gottesdienste feiern und wohl auch Offer bringen Verheißung der Hinwendung der Völker zu Israel und zu ihrem Gott also die Völker werden sich nicht nur nach Jerusalem hinbegeben sondern sie werden sie generell auch zu Israel hier zuwenden und zu dem Gott Israels und da haben wir in Vers 23 so spricht Jahwe der allmächtige Gott dann wird man es erleben dass zehn Männer aus ganz unterschiedlichen Völkern sich an einen Juden hängen sie werden sich an seinem Gewand festhalten und sagen lasst uns mit euch gehen denn wir haben gehört dass Gott bei euch ist also im tausendjährigen Reich wenn Gott in Jerusalem in diesem neuen Tempel wohnt und der Messias regiert dann werden auf der ganzen Welt Menschen sich an irgendeinen Juden krallen und sagen komm lass zusammen mitgehen nach Jerusalem wir wollen euren Gott sehen und wir wollen wir haben gehört dass Gott mit euch ist und deswegen wollen wir gut mit euch sein und so weiter wenn man sieht was heute an weltweiter Hass gegen Israel da ist in ganz ganz vielen Ländern und wie Juden gar nicht uns und sehr schlecht angesehen sind und man sie hasst da ist es ein völlig anderes Bild wo dann aus allen möglichen Ländern wenn Leute aus unterschiedlichen Ländern werden sie an den Juden hängen und sagen komm wir wollen mit dir gehen denn wir haben gehört dass Gott mit euch ist ja das ist eine völlig andere Gesamtklima Weltklima in geistlicher Hinsicht dann jetzt kommen wir zu dem schwierigsten Teil und der ist in zwei Blöcke unterteilt Kapitel 9 bis 11 der eine Block wird auch in der Überschrift deutlich dass das ein Block ist und dann haben wir eine neue Überschrift in Kapitel 12 die dann bis 1.6 Kapitel 14 den Abschnitt überschreibt ja und das wollen wir uns jetzt noch anschauen da werden wir auch an bestimmten Stingen mal ein bisschen Halt machen und noch was intensiver angucken vor allem wenn es um messianische Weissagungen geht die da immer wieder eingestreut sind aber es geht mir jetzt nicht alle Verse da zu lesen sondern die grobe Linie zu zeigen was ist die grobe Linie in diesem ersten großen Block und was ist dann die große Linie in dem zweiten Block der erste große prophetische Block ist ein Wort Jammes über Israels Nachbarn und Israel Kapitel 9 bis 11 und wir haben es beginnt mit einem Wort Jammes über Israels Nachbarn die ersten acht Verse in Kapitel 9 da wird Syrien erwähnt das heißt Land Hadrach und Damaskus das sind alles Orte die zu Syrien gehören also und das wird als Einzugsgebiet Jahwes identifiziert das gehört also praktisch auch zum Herrschaftsgebiet Jahwes dann der Libanon Tyrus und Sidon diese wichtigen Handelsstädte ihnen wird Gericht angesagt was sich dann auch durch Alexander den Großen bewahrheitet hat dann ist vom Philisterland die Rede Ashkelon Gaza diese uralte Stadt die auch heute wieder in Weltweitschlagzeilen macht Ekron Ashtod Philisterland ihnen wird auch Gericht angekündigt und dann das Haus Israel im Gegensatz zu diesen Nachbarn Israels da sagt Jahwe schützt es also Jahwe ist im Schutz Israels da vor den Feinden vor den Truppen die da durchziehen und Jahwe schützt es und den anderen die sind auch im Einflussbereich Jahwe aber da kündigt Gott Gericht an dann haben wir einer der bekanntesten Verse in Sahaja Sahaja 9 Vers 9 wobei es so bedauerlich ist weil 9 und 10 ist untrennbar aber die Leute kennen nur Vers 9 das ist genauso mit der Bethlehem Verheißung in Micha 5 Vers 1 da kennen die Leute nur den Vers 1 und den Vers 2 der dazugehört der ist wieder gar nicht bekannt und so ist es ja auch Vers 9 ist total bekannt und Vers 10 ist unbekannt aber genauso wichtig und das ist ein fantastisches Gesamtpaket es geht nämlich um die Ankunft des Königs in Jerusalem und diese Ankunft wird hier in diesen zwei Versen geschildert und aus unserer heutigen Perspektive wissen wir dass das eine die Ankunft Jesu ist also damals kam nach Jerusalem und das andere wird sich erfüllen wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit um als Weltherrscher dann den Völkern Frieden zu gebieten schauen wir uns diese zwei Verse an freue dich du zieh uns statt jubelt laut ihr Leute von Jerusalem seht euer König kommt zu euch er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung er ist demütig und reiht auf einem Fohlen dem männlichen Jungtier einer Eselin Herr Kelly kommt es natürlich total bekannt vor Jesus nimmt darauf Bezug er lässt von seinen Jüngern diesen Esel und das Fohlen beischaffen und wenn dann jemand euch sagt warum nehmt ihr die einfach er braucht es dann lässt ihr euch da ziehen und dann bringt sie den Esel und er setzt sich auf den Esel und zieht dann auf diesen Esel in Jerusalem ein die Leute jubeln ihm zu Ossianna dem Sohn Davids gelobt sei er kommt im Namen des Herrn jubeln ihm praktisch als König zu allerdings wird er dann nicht gekrönt als König sondern ein paar Tage später ermordet und aber dieser Einzug Jesu dieser triumphale Einzug Jesu in Jerusalem auf diesem Esel ist Erfüllung von Zacharja 9 Vers 9 warum reiht Jesus auf einen Esel ein und nicht auf einem Pferd auf einem Schlachtroß und das hat einen totalen wichtigen geistlichen Vorläufer nämlich Salomo Salomo war der Sohn Davids der Messias ist auch der Sohn Davids Salomo war der große Friedenskönig der Messias ist auch der Friedefürst der große Friedenskönig der den Völkern Frieden gebietet und Salomo ist bei seiner Krönung es war ein bisschen eine Ad-Hoc-Aktion weil da der Bruder gerade einen Putsch gemacht hat und dann durch den Eingriff von Nathan und Barzeba und so wurde dann es noch abgewendet und der Salomo wurde praktisch sehr spontan dann in dem Moment dann zum König gemacht und da ist er auch auf einen Esel gesetzt worden 1. Könige 1. Chess 32 bis 35 und das macht diese Parallele zum Einzug Jesu in Jerusalem natürlich noch viel greifbarer dort heißt es folgendes die ganze Situation war so dann sagt David ruft mir den Priester Zadok den Propheten Nathan und Benaya Ben Jojada der Sohn Jojadas als diese drei Männer dann also Priester Prophet und der Chef der Leibwache als sie reingekommen waren befahl ich ihn lass meinen Sohn Salomo auf meiner eigenen Mauleselin reiten nehmt meine Leibgarde und geleit ihn zur Gihonquelle hinunter der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben dann sollt ihr das Signalhorn blasen und ausrufen es lebe König Salomo anschließend sieht er hinter ihm her wieder hier herauf er soll hereinkommen und sich auf meinen Thron setzen er und kein anderer soll an meiner Stelle König sein ihn habe ich zum Herrscher über Israel und Judah bestimmt Amen haben die anderen dann gesagt so machen wir es und so ist auch passiert und diese Krönung Salomos des Friedenskönig damals auf einem Esel praktisch Jesus bietet sich als König Israels an weiter auf einem Esel in Erfüllung von dieser Prophetie freue dich sieh uns statt jubelt laute Leute von Muslim seht euer König kommt zu euch er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung er ist demütig Jesus war demütig sanftmütig und reiht auf einem Fohlen dem männlichen Jungtier einer Esel also Gott hat euch die Propheten gesagt das ist euer König und sie haben ihn zugejubelt Hosianna gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn dem Sohn Davids der Sohn Davids das Recht hat der König zu werden das hat sich jetzt gerade erfüllt eigentlich hätten sie ihn jetzt zum König machen sollen aber nein sie haben ihn umgebracht und dadurch hat er trotzdem seine Mission erfüllt zu sterben für die Sünden der Welt das war seine Mission beim ersten Kommen aber wenn Jesus wiederkommt dann wird er als Universalherrscher kommen als Weltherrscher und in Macht und Herrlichkeit und das ist eben hier bei der Prophetie auch im Blick im Vers 10 es geht da so nahtlos über erst die müde reiht auf einem Fohlen dem männlichen Jungtier einer Eselin und dann sagt Gott ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem sagt er die Waffen werden zerstört also Streitwagen und Pferde die Streitwagen ziehen also es geht um Zerstörung der Waffen die Waffen werden zerstört er wird den Völkern Frieden gebieten im Moment sind wir noch in der Phase wo total aufgerüstet wird und Waffen und Waffen produziert werden ohne Ende alles vorher bestimmt auch für den schlussendlichen Endkampf um Jerusalem um den es auch in diesem Buch noch gehen wird ja aber wenn Jesus dann wiederkommt und macht eine Ehrlichkeit dann werden diese Waffen alle zerstört er wird den Völkern Frieden gebieten von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft also weltweit also von Meer zu Meer ist wahrscheinlich das Todemeer bis zum westlichen Meer vom Strom des Euphrates bis zum Enden der Erde also von Meer zu Meer vom Strom des Euphrates bis zum Enden der Erde ist einfach eine Beschreibung einer weltweiten Herrschaft und das ist das was schon lange in der Prophetie angekündigt ist Zacharias sagt ja überhaupt nichts Neues mit Vers 10 das ist alter Hut diese weltweite Herrschaft des Messias wird in Psalm 72 schon geweissagt ein Psalm von Salomo da will ich die entscheidenden Stellen lesen um das zu zeigen also für Salomo oder von Salomo kann man sich streiten ob es von ihm ist wenn dann wäre es der einzige Psalm von ihm und hier wird der Messias als König und Friedefürst in den Blick genommen und da habe ich die entscheidenden Versen lesen Vers 7 bis 11 in seiner Zeit also wenn dieser König dann da ist in seiner Zeit blüht er gerechte auf Fülle von Frieden wird sein Fülle von Frieden das Gegenteil von heute Fülle von Frieden wird sein bis der Mond nicht mehr ist also alle alle Zeit er wird herrschen vom Meer zu Meer vom Euphrat bis zum Ende der Erde genau die gleiche Formulierung die greift Zacharias auf vom Meer zu Meer und vom Euphrat bis zum Ende der Erde also von daher ist Bakshpin ein Link von Zacharias dass er sich ja hier Bakshpin in Psalm 22 einlinkt und darauf hinweist nahe ist es die Wüstenvölker beknien vor ihm und seine Feinde lecken den Staub also die Unterwerfung der Feinde Staub lecken ist ein Bild für Unterwerfung die Könige von Tarsis und der feinsten fernsten Insel bringen ihm Geschenke die Könige von Shepa und Saba bringen Tribut alle Herrscher huldigen ihn und alle Völker werden ihm dienen also es hat von Salomo oder wenn es der Psalm für Salomo ist dann ist es von David wahrscheinlich aber wahrscheinlich ist es von Salomo geschrieben er hat schon diesen messianischen König als Weltherrscher und Friedenskönig den sich alle Völker unterwerfen geschildert das gleiche macht auch Jesaja diese Völkerwallfahrt nach Zion wo sie sich der Weisung Jahwes unterstellen oder dann es sei ein Neuen der Friedenskönig der seine Herrschaft ohne Ende haben wird und weltweit und der gerecht ist und der eben der Friedefürst ist und dann wird in Kapitel 11 diese Herrschaft eine gerechte Herrschaft beschrieben und dieser umfassende Friede der auch die ganze Natur und Schöpfung erfasst wird da beschrieben das ist die Situation im tausendlichen Reich wenn der Messias sichtbar auf dieser Erde regiert also eine fantastische Verheißung diese Ankunft des Königs in Jerusalem ist eine doppelte Ankunft er kommt in Niedrigkeit hat sich als König angeboten ist aber dann gestorben für unsere Sünden er kommt in Macht und Herrlichkeit um dann Weltherrscher zu sein auf dem Thron David zu sitzen und den Völkern Frieden zu gebieten und das sind jetzt keine Visionen die ein Mensch hat die einfach Schall und Rauch sind sondern es ist eine Vision von Gott die Gott gegeben hat und die Weissagung die Gott gibt die Verheißungen von heute oder von der Vergangenheit sind die Tatsachen der Zukunft und von daher wird uns hier einfach ein Bild gemalt wie es sein wird wenn der König nach Jerusalem kommt es hat sich beim ersten Kommen hat sich Vers 9 erfüllt und wenn Jesus wiederkommt wird sich Vers 10 erfüllen das ist die Hoffnung die wir überhaupt für diese Erde haben denn nur dann wird Friede einkehren wenn dieser Messias kommt und diesen Völkern Frieden gebietet es geht dann weiter in diesem Block Rettung Israels aus der Gefangenschaft wegen des Bundes der zwischen Gott und Israel besteht sie kommen heim in die befestigte Stadt Israel wird auch als Werkzeug benutzt gegen Heiden Griechenland als Symbol für heidnische Völker erscheint Jahwes über Israel zum Heil und sein Volk ist dann wie Edelsteine, Korn und Wein also Israel hat eine ganz tolle glorreiche Stellung das ist noch nicht die Situation zur Zeit von Sahaja es sind zwar schon einige aus der Gefangenschaft zurückgekehrt aber es ist dann auch wohl endzeitlich vor allem wenn man sieht diese Erscheinung Jahwes über Israel zum Heil das hat eher einen endzeitlichen Geschmack und dann Jahwe im Streit mit Götzen und Wahrsager Jahwe im Streit mit Hirsen und Leitböcken also das eine sind die die eine Offenbarung oder Zukunftsvorhersage machen und das andere sind die die das Volk eigentlich leiten sollen Orientierung geben sollen und mit beiden ist Gott praktisch ein Klinsch weil das alles verkehrt ist Jahwe sagt ich bin der der Regen gibt also nicht die Götzen die Schufbarkeitsgötter oder so ich bin der der Regen gibt und die Götzen und die Wahrsager die Lügen hört nicht auf die und die Hirten und Leitböcke die kümmern sich nicht Jahwe bringt sein Volk zurück ein weiterer Abschnitt Judah als Schlachtross und Judah auch als Quelle der Hilfe so wird es geschildert ganz Israel kommt schließlich zurück und gedeiht also nicht nur einzelne Rückkehrer bei der Rubabel war es 50.000 Mann die zurückgekehrt sind verschwindender geringer Teil derer die wirklich in der Gefangenschaft im Ausland zerstreut sind aber jetzt ist die Rede davon dass ganz Israel zurückkehren wird und dann auch im Land gedeihen wird und auch an Jahwe wer und zwar wer an Jahwe in der Ferne gedenkt der hat auch eine Perspektive zur Rückkehr also das ist eine Voraussetzung dass ich wenn ich an Jahwe denke treu bin und deswegen auch wieder zurück will und da sagt Gott wenn ihr in der Ferne gedenkt dann bringe ich euch auf zurück die Rückkehr ist nicht nur aus Babylon sondern eine Rückkehr aus Ägypten wo in der auch viele damals geflohen sind aber auch aus Syrien damals das Nordreich hingebracht wird und sie wird dann angesiedelt in Gilead und Libanon warum auch dort weil die Zahl einfach zu groß ist die Zahl der Rückkehrer ist so groß man braucht Landplatz um Wohnung zu schaffen Wohnraum zu schaffen für die vielen Rückkehrer also auch das eine sehr positive Verheißung Wort Jahwe ist über Israels Nachbarn und Israel ja Jahwe bringt sein Volk zurück es wird auch für einen großen Heulen in so Bildsprache Zypressen und Säden Libanons werden Trauer tragen die Eichen Barschans also auch Osten Norden oder Osten Israels dann die Hirten werden auch heulen vor allem die bösen Hirten gemeint und dann die jungen Löwen des Jordan-Urwalds junge Löwen so Kämpfer Jordan-Urwalds die Jordan-Ebene das sind so Bilder wo gewisse geografische Räume aufgezeigt werden aber auch Grauer und das ist wahrscheinlich hat irgendwas wieder mit Gericht wahrscheinlich zu tun bisschen undurchsichtig diese drei Verse klarer ist dann dass wo es dann auch ausführlicher drüber geht über zweierlei Hirten die da in Kapitel 11 dargestellt werden und der Sahaja wird beauftragt Hirte zu spielen und zunächst soll er einen guten Hirten spielen und dann haben wir in Versen 4 bis 14 die Arbeit und den Lohn des guten Hirten Sahaja wird beauftragt Hirte zu sein und zwar ein guter Hirte zu sein der sich um die Schlachtschafe kümmert die praktisch den kurzen Weg von den Verkäufern bis zum Schlachthof praktisch geleitet werden müssen und da ist die Beauftragung in Kapitel 11 Vers Vers 4 Jahwe mein Gott sagte zu mir weide die Schafe die zum Schlachten bestimmt sind und Gott spiegelt dann das Verhalten der bisherigen Hirten also Sahaja soll jetzt als Hirte fungieren für die Schlachtschafe die zum Schlachten bestimmt sind und Gott spiegelt was die bisherigen Hirten gemacht hat und was er dann praktisch im Gegenzug dafür aufgemacht hat damit die ihren Fehler erkennen Vers 5 bis 6 Ihre Besitzer schlachten sie ab und fühlen sich doch ohne Schuld Ihre Verkäufer stoßen sie ab und sagen noch reich sei Jahwe jetzt bin ich reich keiner der Hirten schont seine Tiere alles ist das Fehlerverhalten es geht nur um Gewinn was rausziehen schlachten genießen davon und die Tiere nicht schonen nur herrschen das ist das Fehlverhalten und sagt Gott okay wenn ihr so mit euren anvertrauten Schafen umgeht nämlich die Menschen gemein schau dann mache ich das auch so darum werde auch ich die Bewohner der Erde nicht mehr verschonen ich lasse sie in der Hand ihrer Mitmenschen fallen und liefere sie ihren Königen aus also Gott lässt dann auch die Sachen laufen und die Menschen sind Opfer ihrer eigenen Herrscher das erlebt man immer wieder wie ganze Völker unglaublich leiden in Gaza in Korea in vielen Diktaturen dieser Erde die Bevölkerung leidet weil die Herrscher böse sind und schlimme Dinge tun und das Volk knechten und missbrauchen und Gott lässt es einfach laufen und sagt schau so wie ihr Hirten euch nicht gekümmert hat jetzt kümmere ich mich auch mal nicht da seht ihr was dabei rauskommt wenn ich mich nicht kümmere das ist so der Gedanke er sagt aha ja wird er dann als guter Hirte eingesetzt und er beginnt seinen Hirtendienst und nutzt dann zwei Stäbe mit denen er seine Führung durchführt er nennt diese Hirtenstäbe Freundschaft und Verbundenheit und damit meidet er diese Hirte aber die Herde ist auch sehr undankbar und am Schluss zerbricht er diese diese Hirtenstäbe und ist auch sauer über das Volk das sich so nicht führen lässt am Ende bekommt dann Sahaja einen Hirtenlohn nämlich 30 Silberstücke bekommt er als Hirtenlohn und das dient wieder als Bild für den Wert Jesu als Hirte als gute Hirte weil Jesus wurde ja verraten um 30 Silberlinge will ja für 30 Silberlinge finden wir in Matthäus 27 und das die Stelle will ich kurz lesen Erdeberg hat seinen Job beendet und sagt jetzt jetzt will ich meinen Lohn haben ich sagte zu ihnen wenn ihr wollt gebt ihr mir meinen Lohn wenn aber nichts lasst es bleiben also gebt meinen Lohn von meiner Arbeit oder gebt mir keinen Lohn und dann kriegt ihr einen Lohn da zählen sie mir meinen Lohn von 30 Silberstücken hin Jahwe aber sagte zu mir das also bin ich ihnen wert wirft die großartige Summe dem Töpfer hin ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie im Tempel dem Handwerker hin der das Gold und Silber einschmolz und dieses dieses Symbolhandlung hier wird dann ist ein Bild das Jesus für 30 Silberlinge verraten wird und die 30 Silberlinge dieser Lohn was er wertgeachtet ist wird er dann auch den Töpfer hingeschmissen er schmeißt des Judas als er dann ruhig wird und dann verzeichnet er nur gemacht er will das Geld zurückgeben dann nehmen sie es nicht dann schmeißt es denen einfach ein Tempel hin und es wird dann genommen um einen Acker zu kaufen einen Töpferacker wo dann einfach ja Leute die zu Besuch kommen und sterben da beerdigt werden ja also auch eine ganz interessante etwas eigenartige Symbolhandlung für eine Verheißung auf den Messias interessant ist dass eben sie heißt das ist der Lohn den ich ihnen wert bin das ist nicht das etwas was Sahaja sagt das ist der Lohn den Sahaja der Menschen wert ist sondern Gott sagt das ist der Lohn den ich ich Jahwe ihnen wert bin ja weil er Sahaja in seinem Namen diesen Dienst getan hat und das ist der Lohn der Jahwe wie viel Jahwe ihnen wert ist 30 Silberstücke damals und Jesus ist dann auch 30 Silberstücke wert gewesen das war die Arbeit des guten Hirten danach zerbricht er diese Stäbe und es gibt seinen Job auf Verbundenheit und Freundschaft und dadurch zerbricht er auch wieder die Bruderschaft zwischen Judah und Israel und dann kommt die Arbeit und der Fluch des schlechten Hirten die werden Vers 15 bis 17 geschildert Sahaja wird beauftragt jetzt ein schlechter Hirte zu sein nimm noch einmal Hirtengeräte in die Hand und verhalte dich wie ein schlechter Hirte hat man gesehen was dabei ist wenn ein guter Hirte war was rausgekommen ist war ein ziemlich Desaster jetzt soll ein schlechter Hirte sein und Gott sagt auch das wie das Symbol Gott weiß es wird ein schlechter Hirte kommen es wird jemand kommen der ein schlechter Hirte ist und es auch nicht ganz mir noch nicht klar wer damit wirklich gemeint ist vielleicht ist der Antichrist damit gemeint vielleicht ist auch irgendwie ein zeitgenössischer Herrscher gemeint aber es heißt hier Sahaja soll diesen schlechten Hirten mimen und sich verhalten wie ein schlechter hätte denn Vers 16 ich werde einen Hirten im Land auftreten lassen der die Vermissten nicht sucht die Zerstreuten nicht sammelt die Verwundeten nicht heilt und die Gesunden nicht versorgt hat er genau das Gegenteil tut was ein guter Hirte eigentlich tun solle ja genau das macht er alles nicht sondern der Fleisch das Fleisch der besten Tiere verschlingt nachdem er ihnen die Klauen zerrissen hat also Gott beordnet einen schlechten Hirten wer auch immer das es mal ist weh dem unnützigen Hirten der die Schafe verlässt das Schwert wer für sein Arm und sein rechtes Auge sein Arm sei verkrüppelt und sein rechtes Auge blind also über diese schlechten Hirten ein nichtsnutziger Hirte über den wird nur ein Fluch ausgesprochen also das ist die erste das erste der erste große Zukunftsblock gewesen wo Gott Aussagen über die Zukunft macht Wort Jahwes über Israels Nachbarn und über Israel es war ein Wort Jahwes über Israels Nachbarn es war die Ankunft des Königs in Jerusalem vermeldet es war die Rettung Israels aus der Gefangenschaft verheißen dann Jahwe im Streit mit Götz und Wahrsager im Streit mit Hirten und Leitbecken Jahwe erneuert das Versprechen er bringt sein Volk zurück das große Heulen und dann diese zweierlei Hirten der gute Hirte der 30 Silberlinge wert war Bild für Jesus und der schlechte Hirte irgendwie der zeitgenössisch irgendein böser König oder Hirte oder ein oder vielleicht auch der Antichrist den sie als vermeintlich guten König annehmen werden über den dann der Fluch ist wir kommen zum letzten Block dann sind wir auch gleich durch Wort Jahwe über Israel Jerusalem und die Völker und das ist insgesamt etwas kürzer von der Verszahl her aber sehr klar inhaltlich und das möchte ich jetzt noch abschließend durchgehen diese drei Kapitel und das ist alles sehr viel Endzeit geschehen also was auch von heute aus gesehen das allermeiste hier noch in der Zukunft liegt was jetzt hier in diesen Kapiteln steht mit ganz wenigen Ausnahmen Belagerung und Rettung Jerusalems ist definitiv etwas was noch zukünftig ist Wort Jahwe des Schöpfers das Wort Jahwe wird lassen über Israel heißt es ja das ist die Einleitung für dieses Wort Kapitel 12 bis 14 und dann wird Jerusalem dargestellt als eine Taumelschale und als ein Stemmstein für alle Völker sehr verständlich was sie heißt ja ich will Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale machen das heißt Taumelschale wer daraus dringt wird ins Taumeln kommen und Judah wird betroffen sein wenn sie Jerusalem belagern es geht auch um Belagerung Jerusalems an jedem Tag werde ich Jerusalem zu einem Stemmstein für die Völker machen oder ein Laststein sagen wir hier auch Stemmstein Gewichtsstein Stemmstein für die Völker jeder der ihn zu stemmen versucht wird sich daran Wund reißen alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun das ist diese Prophetie da kommt nichts Gutes auf Jerusalem zu am Ende sondern die gesamte Welt wird sich verbünden gegen Israel und gegen Jerusalem auch die Freunde die im Moment noch auf Israel Seite sind werden irgendwann abspringen und was heißt sie alle Völker ausnahmslos alle werden sich gegen Jerusalem wenden kämpfen und Israel wird aber zur Taumelschale die Leute werden taumeln und torgeln überdrungen sein und sie werden versuchen das zu stemmen das Problem zu lösen zu stemmen aber sie werden es nicht schaffen Yahweh greift dann ein an jenem Tag wenn es sein wird wenn die ganzen Völker gegen Jerusalem kämpfen und es belagern Yahweh wird dann eingreifen in dieses Kampfgeschehen zugunsten Israels an jedem Tag das ist schon mal verheißen Vers 4 an jedem Tag sagt Yahweh werde ich die Pferde scheuen lassen und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen und ich werde die Pferde der Völker blind machen halte ich meine Augen offen über den Juden Judas Stärke Judah ist ja belagert also Jerusalem ist belagert Judah ist auch involviert aber die Stärke Judas liegt in ihrem Gottvertrauen die führenden Männer von Judah werden denken die Leute von Jerusalem sind stark also die Jerusalem sind Gottvertrauen die Leute von Jerusalem sind stark denn sie vertrauen Jahweh ihrem allmächtigen Gott und Jahweh heißt mit diesem Umschwung von der Belagerung Jerusalem durch alle Völker heißt jetzt das Judah gemacht zu einer Feuerfackel Jahweh an jedem Tag mache ich die Anführer Judas zu einem Feuer unter trockenem Holz was passiert es kommt zum großen Brand zu einer Fackel und einem Haufen Stroh also ganz gefährliche Waffe Feuerfackel Feuer und Feuerfackel was alles verzehrt so wie das Feuer es verzehrt so wird Judah die Feinde verzehren also sehr verheißungsvoll für Israel und Jerusalem wird unversehrt an seinem Platz bleiben also Jerusalem wird nicht zerstört werden Jerusalem wird unversehrt an seinem Platz bleiben heißt es am Ende von Vers 6 Jerusalem als Ort der Rettung Israels an jenem Tag und Jerusalem wird doch zuerst wird Jahweh die Juden retten damit der Stolz der Nachkommen Davids und der Einwohner von Jerusalem nicht zu groß wird weil die Stadt wird erst am Schluss gerettet an jedem Tag wird Jahweh die Einwohner Jerusalems beschützen der Schwächste von ihnen wird stark sein wie David und die Davids Nachkommen der Schwächste von ihnen wird stark sein wie David wie Davids Nachkommen wie eine Gottesmacht also bitten wir für enorme Stärke der Einwohnerschaft Jerusalems und Davids sagt wie eine Gottesmacht wie der Engel Jahwes der ihnen voran zieht an jenen Tage werde ich darauf bedacht sein alle Völker zu vernichten die gegen Jerusalem angerückt sind dieser Kampf gegen Jerusalem wird ganz ganz böse enden für die Völker die sich hier verbündet haben um gegen Jerusalem und Israel zu ziehen und sie werden an einem Tag wird es eine große Vernichtung geben dieser angreifenden Völker gleichzeitig wird es etwas total positives geben für die Einwohner Jerusalems und die Nachkommen Davids das finden wir in Vers 10 a doch über die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist der Gnade kommen lassen dass sie um Gnade fliehen dann werden sie zu mir aufblicken den sie durchbohrt haben also Ausgiebung des Geistes der Gnade über Israel und zwar beim Aufblicken auf den Durchbohrten auf mich auf Jahwe den sie durchbohrt haben und das ist geschehen die Durchbohrung Jahwe ist die Durchbohrung Jesu ist geschehen am Kreuz als er als sie gecheckt haben ob sie schon tot sind und dann haben sie in die Seite gestochen mit dem Speer um zu schauen ob da Blut rauskommt aber es ist Blut und Wasser rausgekommen was zeigt dass der Tod schon eingetreten ist und das wurde erfüllt also eben Jesu wurden weder die Beine gebrochen dadurch erfüllt sich alttestamentlicher Prophetie und ihm wurde auch in die Seite gestochen dadurch erfüllt sich diese alttestamentliche Prophetie von Sahaja dass sie ihn durchbohrten in den sie gestochen haben den anschauen werden und das haben römische Daten verbracht die keine Ahnung von all diesen Prophetien hatten und in Johannes 21 haben wir dann diese Begebenheit wo der ungläubige Thomas sagt wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege in seine Nägel male und meine Hand in seine Seite die gestochen wurde dann glaube ich nicht und dann kommt Jesus und lässt den Thomas seine Hand in die Wunden legen und seine Hand an die Seite und sagt jetzt ein Herr und mein Gott und sagt jetzt glaubst du weil du siehst selig sind nicht sehen und doch glauben darum geht es wir sollen müssen nicht schauen sollten wir glauben aber wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und sich als der Gekreuzigte zu erkennen gibt dann werden die Juden die dann das miterleben dann werden sie den durchbohrten sehen und sie werden glauben und in dem Moment wird der Geist der Gnade und des Gebets über sie ausgegossen es ist die nationale Wiedergeburt die nationale Bekehrung Israels in dem Moment der Wiederkunft ihres Messias Jesus Christus und das wird auch in Offenbarung verheißen dass es eben noch Zukunftsmusik ist in Offenbarung 1 als das große Thema der Offenbarung wo es um die Wiederkunft des Herrn ja geht das große Thema der Offenbarung das Kommen des Herrn und in Kapitel 1 Vers 7 lesen wir passt auf mit den Wolken wird er wiederkommen alle werden ihn sehen auch die die ihn durchbohrt haben also die Juden haben ihn durchbohrt sie oder die heröbischen Soldaten haben ihn durchbohrt und sie werden ihn sehen den sie durchbohrt haben also sie werden den durchbohrten sehen also das erfüllt sich in der Wiederkunft Jesu die Ausgießung des Geistes der Gnade über Israel in dem Moment wo sie auf den Jahbe schauen den sie durchbohrt haben und dann wird eine Trauer stattfinden um den Durchbohrten also um den gekreuzigten Messias praktisch weil sie erkennen dass der Jesus der gekreuzigt wurde den sie als Verführer eingeschätzt haben und bis zum heutigen Tag die Juden glauben dass Jesus ein Verführer war und nicht der Messias war und dann werden sie erkennen dass Jesus doch der Messias war der verheißen ist und dass sie da einfach falsch gedacht hatten an dieser Stelle und das wird eine unglaublich tiefe Trauer und Betroffenheit auslösen bei ihnen so wie damals eine riesige Trauer war es Josiah der Erweckungskönig der frömmste König Israels als der in der Schlacht umgekommen ist war eine riesige Trauer und an diese Trauer wird es angespielt Israels Trauer um den Durchbohrden und dann wird die Trauer ausgeführt dass da wie intensiv diese Trauer ist sie werden um ihn trauern und klagen wie man um den einzigen Sohn trauert wenn er nur einen Sohn hat und der stirbt dann ist unendliche Trauer sie werden bitte um ihn weinen wie um einen Erstgeborenen an jedem Tag wird der Jammer in Jerusalem so groß sein wie der Jammer von Hadadrimon in der Ebene von Megiddo das ist wohl die Situation wo über König Joschia getrauert wurde das ganze Land wird trauern jede Sippe wird es für sich tun nach Männern und Frauen getrennt die Nachkommen Davids und die von Nathan Davids und die von Schimmi Schimmi ist auch ein Nachkommen in Levis also im Grunde genommen die Davids Nachkommen und die Leviten und alle übrigen Sippen in Israel jeweils Männer und Frauen für sich also eine riesen Trauer wird Israel erfüllen wenn sie zu dieser Erkenntnis kommen dass sie 2000 Jahre lang am Messias vorbei gelebt und geglaubt haben und nicht erkannt haben dass Jesus der Messias war das wird eine tiefe Trauer geben aber auch eben diese nationale Wiedergeburt weil der Geist der Gnade und das Gebet über sie ausgegossen wird das gibt dann zwei nachhaltige Veränderungen an jenem Tag die dann langfristig wirken also für das Davidshaus und die Einwohner Jerusalems existiert eine Quelle als Mittel gegen Sünde und Unreinheit ganz besondere Aussage hier dass es eine Quelle gibt für das Davidshaus und die Einwohner Jerusalems eine Quelle als Mittel gegen Sünde und Unreinheit und die Götzen Götzengeist und Propheten werden im ganzen Land ausgerottet wird es dann überhaupt nicht mehr geben dann wird die Tötung des Hirten gewissagt also die Ermordung Jesu das Opfer Jesu wird gewissagt dass der Hirte getötet wird nicht nur dass er 30 Silberlinge wert ist sondern dass er auch getötet wird und das hat Auswirkung auf Israel und das ist hier zusammengefasst in Versen 7-9 sind Auswirkungen die sich unmittelbar bei der Verhaftung Jesu ereigneten und die sich bis zum heutigen Tag noch ereignen die Tötung des Hirten ich lese mal die Versen 7-9 Kapitel 13 Schwert stürze dich auf meinen Hirten auf den der mir am nächsten steht der Messias ist die Person die Jahwe Gott Vater am allernächsten steht Schwert stürze dich auf meinen Hirten auf den der mir am nächsten steht sagt Jahwe der allmächtige Gott schlag den Hirten tot dass die Schafe auseinander laufen auch die Schwachen werde ich nicht verschonen zwei Drittel aller Menschen im Land werden umkommen nur ein Drittel wird überleben doch auch dieser Rest muss die Feuerprobe bestehen ich werde ihnen läutern wie Silber geläutet wird und auf Echtheit prüfen wie man das mit Gold macht dieser Rest wird dann meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten und ich werde sagen ihr seid mein Volk und er dieser Rest wird erwidern Jahwe unser Gott also der Hirte ist sicherlich Jesus da wird auch im Neuen Testament darauf Bezug genommen dass das Schwert erwache über meinen Hirten dass das eben die Tötung Jesu ist Jesus wurde getötet und dann die Schafe seine Jünger sich zerstreut das lesen wir in Matthäus 26 dass er bei der Verhaftung dass sie alle flohen bei Markus ist noch ein bisschen drastischer dargestellt dieses Fliehen ist Vernassen Zerstreuung dann zwei Drittel der Einwohner sterben das ist natürlich jetzt nicht unwillbar im Kontext der Passion Jesu geschehen aber als dann das Gericht Gottes hereinbrach bei Jerusalem 70 nach Christus da ist ein Großteil der Bevölkerung zu Tode gekommen ein Drittel der Einwohner überlebt und wird mit Feuer erprobt wahrscheinlich ist auch gemeint über Jahrhunderte sogar über Jahrtausende wird der Rest noch mit Feuer erprobt und Gott checkt einfach bei den Überlebenden checkt er glauben die an mich orientieren die sich an mir also es wird auf die Echtheit geprüft wie Silber geprüft wird Silber und Gold wird im Feuer geprüft und alles Böse als Unreine was nicht Silber und Gold ist wird ausgeschmolzen so muss auch das Feuer der Gerichte über die Jahrhunderte ist unglaublich viel gelitten und wurde verfolgt über Jahrhunderte kein Volk hat so viel Martyrium erlebt wie die Juden und das ist einfach eine geschichtliche Tatsache und möglicherweise ist das alles zu diesem Läuterungsgericht um am Ende diesen Überrest zu haben der völlig geläutert ist und dann bereit ist für die nationale Wiedergeburt in der Begegnung mit dem Durchbohren Kapitel 14 ist dann ein Paralleltext zu Kapitel 12 das ist wichtig zu erkennen dass praktisch dieser Kampf der Völker gegen Jerusalem zweimal dargestellt wird aus verschiedenen Blickwinkeln und das wie wir oft haben in vier Weltreichen bei Daniel Kapitel 2 und Kapitel 7 das ergänzt sich das heißt er beschneit sich es deckt sich in vielerlei Hinsicht aber dann gibt es auch Ergänzungen und so ist auch hier es deckt sich in vielerlei Hinsicht also Kapitel 2 dieser Kampf der Völker gegen Jerusalem mit Kapitel 14 Kampf der Völker gegen Jerusalem das ist die gleiche die gleiche Sache am Ende der Zeit aber wir haben hier Bestätigung und auch noch Zusatzinformationen Weiterführung und das ist das letzte Kapitel jetzt die Verteilung der Beute Kapitel 14 es wird ein Tag für Jahwe kommen an dem sofort verteilt wird was man in deiner Mitte erbeutet hat also es ist irgendwas in der Mitte Israels erbeutet worden und das wird verteilt ein bisschen undurchsichtig noch mehr nimm das und dann wird die Geschichte aufgerollt Jahwe versammelt alle Völker zum Kampf gegen Jerusalem leben und erst sieht es nach einem Sieg aus also die Völker siegen Jerusalem wird erobert es wird zwar nicht zerstört aber es wird erobert und dann wo die Völker schon meinen jetzt sind wir am Ende am Ziel jetzt haben wir Erfolg gehabt mit unserer Aktion dann holt Gott zum Gegenschlag aus und das ist natürlich umso tragischer dann wenn du im Siegestaumel bist und dann plötzlich realisieren musst nein nein du hast nicht gesiegt das Gegenteil ist der Fall du verlierst jetzt und dieser Umschwung wird in Vers 2 und 3 geschildert alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln also Gott macht das es hat auch eine menschliche Dimension der Antichrist und seine Heere werden die Könige der Erde versammeln zum Kampf des großen Tages und so weiter Offenbarung 16 finden wir eigentlich dazu und dann auch Offenbarung 19 wie jeder Antichrist und die zehn Könige und so und die ganze Welt versammelt da kämpft gegen Israel gegen das Islam es hat verschiedene Gesichtspunkte aber wichtig ist der Gesichtspunkt dass dieser Kampf nicht nur diese also eine menschliche Seite hat sondern dass es auch eine göttliche Seite hat das Gottes auch verfügt hat dass es sich alles zuspitzt auf diese Entscheidungsschlacht auf diesen Kampf am Ende alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln sie werden die Stadt erobern das ist dieser Sieg sie werden die Stadt erobern die Häuser plündern und die Frauen schenken all diese schrecklichen Dinge die wir auch heute in den Kriegen immer erleben was da passiert die Hälfte aller Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt also es scheint wirklich ein vollständiger Sieg zu sein nur ein Rest des Volkes darf in der Stadt bleiben es sieht aus wie ein umfassender Sieg der Völker dann aber Gegenschlag dann aber wird Jahwe selbst gegen jene Völker in den Kampf ziehen so wie er es schon früher getan hat gegen Ägypten bei anderen möglichen Schlachten wo Gott auch wundersam durch Wunder eingegriffen hat denken wir an die Assyrer wie er da 185.000 vernichtet hat auf einen Schlag also Gott als Gegner zu haben ist natürlich eine unwürdige Situation ist nicht haltbar da hast du immer den Kürzeren und wenn Gott dann aufsteht nach diesem vermeintlichen Sieg um zum Gegenschlag auszuholen dann weiß man dass die Sache der Völker in dem Moment verloren ist Jahwe erscheint dann auf dem Ölberg das ist die Wiederkunft Jesu er ist vom Ölberg aus den Himmel gefahren er wird auch wieder mit den Wolken des Himmels auf den Ölberg wiederkommen da werden seine Füße stehen das wird hier geschildert es spaltet sich der Ölberg und der Überrest in Jerusalem flieht dann an diesen Ort zu Jahwe zu dem Messias der da gerade kommt und es heißt Jahwe kommt mit seinen Heiligen diese Verse 4 bis 5 darauf warte ich mein ganzes Leben schon solange ich denken kann dass das kommt an jenem Tag wird er auf dem Ölberg stehen der östlich von Jerusalem liegt da wird sich der Ölberg von Ost nach West spalten die eine Hälfte wird nach Norden ausweichen und die andere nach Süden sodass ein sehr großes Tal entsteht in dieses Tal zwischen meinen Bergen das bis nach Azel reicht werdet ihr fliehen so wie eure Vorfahren zur Zeit des Königs Usia vor dem Erdbeben geflohen sind dann wird Jahwe mein Gott kommen alle Heiligen werden bei ihm sein siehe der Herrkopf mit seinen Heiligen wiederkommt Jesu die auch in Offenbarung 19 beschrieben wird und dann nennt unser Text einige Begleitumstände oder auch Folgen dieses Geschehens dieses bestimmten Tagesjahres das ist der Tag des Herrn dieser endzeitige Tag des Herrn wiederkommt Jesu Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg in der Situation dieser scheinbar verlorenen Schlacht von Jerusalem wo es dann noch umswitcht es werden die Lichtverhältnisse beschrieben es wird eine Wasserquelle beschrieben die dann entspringt an jedem Tag wird in Jerusalem eine Quelle entspringt die Sommer und Winter frisches Wasser führt die eine Hälfte davon fließt ins östliche Meer die andere ins westliche das ist genau das was Hesekiel auch beschreibt in seiner Tempelvision und Hesekiel ergänzt dann das östliche Meer das tode Meer dann gesunden wird und dass dort wieder Fische sein werden wenn dieser Strom fließt bis heute ist das alles nicht erfüllt das wird alles sein also Frischwasser aus Jerusalem vom Tempel ausgehend sind zwei Teile nach Osten nach Westen wie Hesekiel das auch verheißen der Hesekiel 47 diese Wasserquelle als Begleitumstand dann die weltweite Königsherrschaft Jahwes dann wird Jahwe König über die ganze Erde sein an jenem Tag wird Jahwe der einzigartige sein und sein Name der alleinige keine anderen Götter und sonstigen Herrscher werden noch neben ihm irgendwo eine Rolle spielen oder genannt werden sondern Jahwe allein hat die weltweite Königsherrschaft es wird auch topografische Veränderungen geben das ganze Gebiet um Jerusalem wird sich absenken das Land wird zur Ebene das ganze Land von Geba bis Rimon südlich von Jerusalem wird sich in eine Niederung verwandeln also wird sich absenken Geba ist neun Kilometer nordöstlich von Jerusalem an der Grenze Judas also von neun Kilometer nordöstlich von Jerusalem bis nach Rimon Rimon ist 56 Kilometer südwestlich von Jerusalem wo das Hügelland Judas in den Negev in die Niederung übergeht wird so weit wie der topografische Veränderung das ganze Gebiet wird sich absenken und dadurch wird Jerusalem einfach noch erhabener und höher aussehen erhoben praktisch auch optisch erhoben also das ganze Land von Geba 9 Kilometer nördlich bis Rimons 56 Kilometer südlich von Jerusalem wird sich in eine Niederung verwandeln Jerusalem selbst wird dann das Land überragen und dann sein Platz bleiben vom Benjamin Tor über das frühere Tor bis zum Ecktor zum Hananelturm bis zu den königlichen Weinkältern ihre Bewohner das ist der letzte Punkt Sicherheit Jerusalems ihre Bewohner werden in Sicherheit leben und die Stadt die gerade eben noch erobert wurde diese Stadt die wird nie mehr zerstört werden ich bin bei der letzten Folie immer noch der Block Wort Jahwes über Israel Jerusalem die Völker in den letzten Versen Vers 12 bis 20 des 14 Kapitels wird dann die Herrschaft des Königs beschrieben in drei Punkten kann man es zusammenfassen einmal Vernichtung der Angreifer Unterwerfung der Völker also werden nicht alle sterben alle Menschen das mit diesem Weltuntergangsszenario was die Leute immer Welt entdecken das ist so überhaupt nicht der Fall und so auch gar nicht in der Bibel beschrieben die Angreifer die werden vernichtet ist auch noch Bau 19 beschrieben die Völker die jetzt nicht vor Ort waren und bei dieser Vernichtung dabei sind also alles was in der Heimat noch da ist die werden unterworfen und diese Unterwerfung zeigt sich dann in der Anbetung Jahwes dass die Völker nach Jerusalem kommen jährlich Gott die Referenz erweisen beim Laubhütenfest in Jerusalem teilnehmen und Repräsentanten der Völker will man mal sagen Anbetung Jahwes am jährlichen Laubhütenfest in Jerusalem was für alle Menschen weltweit dann stattfindet wer da nicht kommt und nicht seine Ehrfurcht gegenüber dadurch zum Ausdruck bringt also die Völker die das dann nicht machen die werden bestraft durch Regenentzug wird es über diese Länder nicht regnen also alle ungehorsamen Völker werden da mit Regenentzug bestraft wenn sie nicht antanzen und Gott die Ehre geben und dann wird doch Jerusalem beschrieben als heilig heilige Stadt die Heiligkeit Jerusalems und auch des Tempels da wird auch wieder ein Tempels sein mit Opfern wie es auch in Hesekiel beschrieben wird wird auch hier bezeugt macht Stephania ja auch dieses Zeugen also die Herrschaft des Königs Vernichtung der Angreifer das ist ganz drastisch und erinnert ein bisschen an die Wirkung einer Neutronenbombe ich lese Vers 12 bis 15 aber gegen die Völker die gegen Jerusalem bekämpft haben wird Jahwe einen furchtbaren Schlag führen bei lebendigem Leib wird das Fleisch an ihrem Körper verfaulen die Augen werden in ihren Höhlen verwesen und die Zunge im Mund und dann wird Jahwe an jedem Tag eine Panik unter ihnen entstehen lassen sodass einer den anderen packt und über ihn herfällt Männer aus ganz Judah werden helfen Jerusalem zu verteidigen zur Vernichtung der Feinde gehört auch dass alles was sie geraubt haben dann wieder zurückkommt dann sammeln sie die Schätze im Lager der feindlichen Völker ein jede Menge Gold Silber kostbare Gewänder aber alle lebenden Tiere die die Feinde herbeigeschafft haben die werden auch vernichtet die Pferde Maultiere Kamele Esel und alle anderen Tiere im Lager wird der gleiche vernichtende Schlag treffen der auch mit den Menschen basiert ist nämlich dieses verfaulen am lebendigen Leib verfaulst du deswegen ist etwa das was man sich vorstellt wenn eine Neutronenbombe fällt ob das so sein wird weiß ich nicht aber das Ergebnis wird hier ganz klar geschildert Angreifer werden auf eine schreckliche Art und Weise vernichtet dass sie noch stehen sind plötzlich sind sie Leichen die Unterwerfung der Völker zeigt sich dann in dieser Anbetung die Überlebenden der Völker die gegen Jerusalem gekämpft haben werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen um das Laubhüttenfest zu feiern und Jahwe den Allmächtigen Gott anzubeten weil das ist die positive Seite die Überlebenden werden alle Jahwe gläubig sein aber nicht alle werden immer gehorsam sein im tausendlichen Reich gibt es auch noch Sünden und gehorsam wenn aber eins von den Völkern der Erde sich weigert zu kommen um dem Allmächtigen Gott die Ehre zu erweisen wird kein Regen mehr über dieses Land kommen Regen hinzu und wenn es die Ägypter sind die nicht mehr kommen warum werden die Ägypter genannt ein guter Grund ist Isaiah 19 dort wird gesagt dass im tausendlichen Reich eine neue Allianz ist ein drei Mächte Volk also da Assyen Erzfeind Israels Ägypten Erzfeind Israels und Israel wird ein Dreierbund sein das heißt sie werden ganz eng verbunden sein ganz eng kooperieren und unter ganz besonderem Segen Gottes stehen Isaiah 19 ich stelle es so wichtig dass ich die lese Isaiah 19 ganz am Ende in der Weissagung über Ägypten heißt es Abvers 23 zu der Zeit wird es eine Straße von Ägypten nach Asylen geben die Völker werden sich gegenseitig besuchen und gemeinsam Jahwe dienen jetzt den Nahen Osten vor mit dieser Perspektive gemeinsam Jahwe dienen dann wird Israel der dritte im Bund sein und zusammen mit Asylen und Ägypten ein Segen für die ganze Erde also Asylen heutiges Syrien Irak weite Teile Ägypten und Israel ein enger Bund Zusammenschluss ein Segen für die ganze Erde denn Jahwe der Allmächtige Gott wird sie segnen mit den Worten jetzt halte du dich fest gesegnet sei mein Volk Ägypten gesegnet sei Assyrien das Volk meiner Hände gesegnet sei Israel mein Eigentum also diese drei bilden eine Dreierallianz und ein ganz besonderes Segen liegt über diese drei Völker die so in ihrer Geschichte so schicksalhaft mit Israel verbunden waren im Schlechten in der Vergangenheit oft aber dann eben zum Guten für die drei und auch für die ganze Welt und das ist auch die Zukunftsperspektive für die Lösung des Nahostproblems diese Versöhnung zwischen Ägypten Assyrien und Israel in gemeinsamen Glauben an Jahwe den Gott Israels und dass sie in besonderer Weise alle von Gott gesegnet werden und deswegen heißt es hier das erklärt diesen Satz und wenn es die Ägypter sind die nicht mehr kommen zum Laubhüttenfest werden auch sie entsprechend bestraft es wird die gleiche Strafe es wird der gleiche Schlag treffen mit dem Jahwe alle Völker bestrafen wird die nicht zum Laubhüttenfest kommen so wird die Strafe für Ägypten und für die anderen Völker aussehen wenn sie nicht kommen sie nau werden in ihrer Jahwe Verehrung und dann einfach nicht mehr kommen am Ende noch die Heiligkeit Jerusalems und des Tempels ja alles geheinigt die Kochtöpfe im Tempel werden zu heilig sein jeder Kochtopf in Jerusalem Judah wird Jahwe dem Allmächtigen Gott geheiligt sein als benötigt werden wahrscheinlich für die Opfer darbringen und alle die zum Opfern kommen von Opfern der Rede in einem Tempel in Tausend reich dann wird es auch kein Händler mehr im Tempel geben dann wird es auch kein Händler mehr im Tempel Jahwe des Allmächtigen Gottes geben erinnern wir uns dass Jesus kam hat er die Händler rausgekriegen aus dem Tempel ein Bild für das was sein wird im Tausend Reich dann wird es auch kein Händler mehr im Tempel Jahwe des Allmächtigen Gottes hin also das ist ein fantastisches Zukunftsbild was hier gemalt wird auch sehr schrecklich mit schrecklichen Ereignissen und schrecklichen Strafen und Gerichten aber auch am Ende geht es wirklich gut raus ein Segen für die ganze Welt für alle Völker und für Israel besonders und Jahwe wird in Jerusalem wohnen Jesus wird regieren von Jerusalem aus es ist ein großartiges Gemälde und diese Verheißungen die so lange noch unerfüllt sind die werden trotzdem erfüllt werden in diesem Buch heißt es dass Sahaja ein Prophet des Wartens ist eine Theologie des Wartens dass da vieles einfach noch lange man drauf warten muss bis es kommt und so lange wird es schon gewartet auf Erfüllung dieser Weisheit aber gerade dieses Wort Diabes bei Israel Jerusalem die Völker was noch nicht erfüllt ist 12 bis 14 es wird sich mit der gleichen Präzision erfüllen wie alle anderen Verheißungen Gottes sich in der Geschichte immer präzise erfüllt haben deswegen tun wir gut daran diese zu kennen zu wissen was sein wird und das für unser Handeln heute hier und jetzt einfach mit einzubeziehen wenn ich weiß worauf alles hinausläuft ja dann kann ich mich nicht feindselig gegenüber Israel verhalten ja ich werde Hoffnung haben auch für den Nahen Osten ich kann auch nicht feindselig gegenüber Moslem sein Ägypter oder Assyrer ja mein Volk heißt es ja und sie wird ein Segen sein mitten der Erde also wir müssen uns da verheißungsorientiert leben und und auch die Weltgeschichte das Weltgeschehen mit den Augen der Bibel mehr und mehr lesen und verstehen lernen das Weltgeschehen ist das Weltgeschehen das Weltgeschehen Vielen Dank.